Die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1, egal wo er herkommt. Das müssen wir schützen und leben. Keine Hetze gegen die Menschen, die Hilfe brauchen. Demokratie ist unser höchste Gut. Gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen die Ausgrenzung von Minderheiten. Für Toleranz, für Respekt, für Solidarität. Das ist meine Stimme für die Vernunft.